Ich finde es immer geil, wie der da so rumtänzelt irgendwie. Ja, wäre Eminem jetzt tot, würde er sich im Grabe umdrehen. Ich glaube Notorious B.I.G. dreht sich da gerade im Grabe um. Ja, so sehen sie aus, die derben japanischen Rapper. Oh Gott. Okay. Oh, Taki-Nohrattu. Erstens, schau mal, und schau mal, und schau mal. Oh? So, ja, wir müssen jetzt hinter dem Wasserfall. So, was steckt wirklich hinter dem Wasserfall? Ja, Naruto und Killer Bee, das absolute Gespann. Die Frage ist, wie kommt man da jetzt so am schlauesten hin? Erstmal gehen wir am Pilz verprügeln. Ah, ich glaube da hinten. Ach, man kann da einfach durchgehen. Ah, ui. Ne? Was ist das? Ich bin ein sehr wichtiges. Ich kann nicht weg. Naruto! Okay, wir werden mit den Schwenzigen in Geschwänztes Tierruinen gehen. Boah, Dami ist mal super gespannt drauf. Ich glaube, wir müssten da hinten dann lang, oder? Ja, genau. Ah, hier geht's wieder zurück. Ah. So. Mehr genügend Bento sollte ich ja noch haben. Ich glaube, da vorne diese leuchtende Tür. Ah, davor kann man auch nochmal speichern. Ich finde es krass, wenn dann B mal ordentlich redet. Kapitel 4. Naruto's Geburt Kapitel 4. Naruto's Geburt Ich bin sehr gut, sprich! Naruto, was du dir geholfen hast, was für dich die Kewi-Fu-In-Jutsch ist? Bist du! Fu-In-Jutsch? Ähm... Das ist der Kewi-Fu-In-Jutsch. Das ist der Kewi-Fu-In-Jutsch. Das ist ein richtiges Ding. Das ist der Kewi-Fu-In-Jutsch. Okay,绝 Das ist erst ein richtiges Ding. Spannend mit brethren Bye. Naluble Du bist einfach. Die Regeln ist einfach. Wenn du mit dem Körper besuchen, dann kümmern wir uns die Kürbis. Wenn der Kürbis aus der Kürbis aus dem Kürbis kam, dann schüttet er sich an. Wenn der Kürbis aus dem Kürbis kam, dann schüttet er sich an. Das ist ein Verkommens. Gehen! Ich werde sofort die Chakra von den Chakra von den Chakra entdecken. Das ist der Fall! Wenn ich sage, wenn ich die Chakra entdeckte, dann kann ich die Chakra entdecken. Wenn ich die Chakra entdeckte, wenn ich die Chakra entdeckte, wenn ich die Chakra entdeckte, dann kann ich nicht erklären. Der Neunschwänzige! Das Siegel ist gelöst. Der Neunschwänzige kommt frei. Darauf hat er all die Zeit gewartet. Ja, jetzt wird's richtig spannend. Ja, jetzt wird's richtig spannend. Ich will das nicht kontrollieren. Ich will das nicht. Oh Gott. Es wird ja echt mit jedem Kampf epischer. Naruto gegen Sasuke, Naruto gegen Naruto und jetzt Naruto gegen den Neunschwänzigen. Ey, krasse Sache. Okay, wir öffnen das Inventar und fressen noch nen Bento. Allerdings jetzt... Wieso lädst du eigentlich gerade so lange? Ey Spiel, was machst du da? Ah, ich wollte schon sagen. So, ein frittiertes Gemüse Bento. Warum? Ich will ganz einfach die Verteidigung erhöhen, dass der mich halt einfach nicht so schnell aus den Socken kloppt. Kann aber auch sein, dass der mich einfach nur so zerschellt, weil... Ist halt der Neunschwänzige, ne? Ist nicht irgendwer. Den Hass überwinden. Naruto gegen... Ja, den Neunschwänzigen. Der ziemlich cool aussieht. Irgendwie so stelle ich mir den Decay im Enrage vor. So. Gesundheit konstant über 60%. Boah, krasse Sache. Der epischste Kampf aller Zeiten steht an. Yo, Naruto. Ores-sama-mo. Tattakai-ni. Sansen. Alright. Yeah. Okay. Ultimative Entscheidung. Legende. Nutze deine eigenen Stärke. In diesem Kampf ist ein Rückzug unmöglich. Konfrontiert mit dem Tier. Brennt dein Wille nur noch heißer. Fordere den Neunschwänzigen ganz alleine heraus. Mächtiges Duo-Team. Ein Kampf, in dem ein Rückzug unmöglich ist. Nimm also Killerbees Hilfe an und zeige ihnen, was das neue Team aus Meister und Schüler zu leisten im Stande ist. Ja, ich würde sagen, wir probieren es mal auf Legende. Aber... Naruto´s Tier. Naruto´s Kampf. B. 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 So, jetzt geht's hier weiter. Aufs die Fresse für den blöden Fuchs-Dämon. Oh, der hat vier Lebensleisten, oder? Ach nee, drei hat der. Wollt Chakra aufladen? Und los geht's. Ach, verdammt. Die Entfernung ist einfach so schwer hier einzuschätzen. Ah, die erste Lebensleiste ist aber gleich weg. Oh Gott. Und jetzt, jetzt, jetzt dreht er richtig durch. So, ein Rasengan ins Gesicht. So, dritte Lebens... Oh Gott. Echt vier Lebensleisten. Der härteste Kampf ever, ey. So, krass. Trotz meiner Angriffswelle, ihm kaum Schaden gemacht. So, zweite Lebensleiste ist auch gleich weg. Was hat er jetzt vor? Oh Gott. Muss er meiner Taktik festhalten? Mist. Ich dachte, ich könnte unter ihm durchrennen. Boah. 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 Was zur... Naruto. Diese Kraft. Was ist das? Ja. Ja. Für die Kürbäckchen. Ja. Für die Kürbäckchen. Jetzt. Ich bin. Oh oh, das kann jetzt arg werden. Oh oh. Oh Gott, der Hass meldet sich zu Wort. 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 Das ist doch nicht etwa. Oh Gott, der Hass meldet sich zu Wort. 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 Ja, das ist Naruto's Mutter. Oh Gott, der Hass meldet sich zu Wort. Oh Gott, der Hass meldet sich zu Wort.